Praxisnähe, Kompetenz, Themenvielfalt. Informatik, professionell und gute Betreuung durch die BW-Mitarbeiter. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen des Bundesverbandes Windenergie. Der Bundesverband Windenergie ist mit seinen Abteilungen, Politik und Fachkremien sehr dicht an den Themen der Branche dran. Und diesen Informationsvorsprung, den wir aus der Gremienarbeit haben und aus der politischen Kommunikation, den geben wir in unseren Veranstaltungen an die Branche weiter. Unsere Veranstaltungen finden bundesweit statt in den wichtigsten Zentren der Windenergie, Hamburg, Hannover und Berlin. Unsere Konferenzen greifen jedes Jahr aktuelle Themen auf, die sich inzwischen auch schon zu Branchen treffen, etabliert haben und wo sich jedes Jahr Experten aufs Neue treffen, um sich hier auch zu tauschen und fachlich auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Themenauswahl ist hervorragend, ist sehr praxisnah. Von sehr versierten Referenten, die nicht nur die Fakten darstellen, sondern auch die Hintergründe vor allem. Und ganz wichtig, auch als Teilnehmer für mich, einen Ausblick geben und eine Perspektive auf das, was noch kommen wird. Ich hoffe, nur die Bayern, wo es Bereiche definiert, was kommt. Bei der Auswahl unserer Redner ist uns sehr wichtig, dass die Redner eine hohe Kompetenz haben und diese Kompetenz auch in der Lage sind, den Teilnehmern zu vermitteln. Für uns bietet die Fachtragung des BWE eine sehr gute Plattform, um unsere Bestandskunden zu treffen, natürlich auch um neue Kunden kennenzulernen. Und da ist es sehr gut, dass wir die Möglichkeit haben, auch auszustellen. Unsere Konferenzen haben mit 84 Prozent Fach- und Führungskräften einen sehr hohen Anteil von Experten in der Branche. Und Sponsoren haben natürlich hier die Möglichkeit, mit diesen Experten entscheidend in Kontakt zu treten und auch gute geschäftliche Gespräche zu führen. Auf der Veranstaltung ist es auch für uns ein sehr großer Vorteil, dass man hier auch genug Gelegenheit bekommt zum persönlichen Gespräch. Deswegen stellen wir auch immer sehr gerne aus, machen das auch schon seit näheren Jahren und merken auch, dass das auch sehr gut angenommen wird von den Kunden. Gerade bei Konferenzen legen wir neben einem qualitativ sehr hochwertigen Programm auch sehr viel Wert auf Rahmen für Networking, für den Austausch der Teilnehmer untereinander. Und begleiten das daher auch mit einem Abendprogramm. Zum Beispiel sind unsere Schifffahrten in Berlin, auf der Spree oder im Hamburger Hafen sehr beliebt, um im Austrang der Veranstaltung zusammenzukommen und sich weiter auszutauschen. Der BWE kennt die Windbranche wie kein Zweiter. Unser Wissen, unser Expertennetzwerk stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Der BWE ist das Original. Vielen Dank. Vielen Dank.